So, Hallöchen und Willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Moment, ich greife mal kurz zum Controller rüber und dann schreiten wir hier durch die Tür durch. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, weil wir dem werten Freund, der die Elise abholen möchte, einen Brief überbringen wollten, der in letzter Sekunde noch angekommen ist, bei uns zumindest. Dann schauen wir mal, wo sich die werten Herren aufhalten, die Lassert finden. Was war das denn gerade? Dieses komische Fragment, was da oben hing, oder habe ich mir das jetzt noch eingebildet? Eine Praxis, die dem Königreich Kraft gibt, eine Quelle des Glücks sein wird. Ist das der König? Was ist denn hier mit dieser Truhe? Die ist nämlich jetzt gelb. Da, das Zeug da oben. Was war denn das gerade? Moment. Ach so, das ist die Truhe. Diesem oberen Stockwerk, die kann man mit dem Adlerauge sehen. Was machte die Sache noch unerträglich? Interessant. Große Unruhe und übersteigerte Hoffnungen setzten sich fest in den Köpfen der Menschen. Und diese beiden Dinge sind es, die unsere Meinung zu vertreten. Oh, zum Teufel sind sie? Ja, das war mein Handy. Da ist der Akku fast leer, aber ich brauche das Handy, dummerweise, weil es hier als Counter mitläuft, damit ich weiß, wie lange ich aufnehme. Meine Herren, habe ich euch hier ein Gefühl, und ich spüre deutlich, dass dieses Vertrauen begründet ist. Ah, Politiker. Da hinten im Eck stehen sie auch nicht. Da oben sehe ich sie auch nirgends. Wir haben auch nicht ewig viel Zeit rein realistisch betrachtet, weil der werte Typ, der den Brief gebracht hat, hat gesagt, es sei dringend. Da kann man nicht durch. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der? Hä? Das Adlerauge kann man irgendwie nicht, äh, nicht lang aktiv halten. Oh, was ist denn jetzt los? Momentan bricht hier gerade die Framerate zusammen. Jetzt ist sie wieder da, jetzt ist sie wieder weg. Was ist denn da los? Ist ja komisch. Ja, 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 ja. Aber du, ich muss ja mal kurz, Entschuldigung, Achtung, da wir mal, danke, Verzeihung. Ich suche meine Frau. Meine zukünftige Frau. Klischee. Nee, ähm. Die können doch nur noch da in den oberen Reihen sein, da hinten, aber... Komme ich da, wie komme ich denn da hoch? Was ist mit der Person? Die leuchtet so komisch gelb. Das Ziel zu finden. Ja, ja, ich suche. Ich versuch's mal da vorn. Entschuldigung, Achtung, da... Ja, Verzeihung, ich muss hier mal. Endlich. Große Erregung herrscht um uns herum. Ach, da hinten schon wieder. Doch die Repräsentanten dieser Nation, die hier vereint sind, werden ohne Zweifel nur den Stimmen der Weisheit und der Vernunft, der wir schenken. Hinter die Bühne gelangen. Willst du mich verar... Was wollen denn die zwei Schmiedsbrüder schon wieder? Ja, ja, Entschuldigung, Achtung, vorsichtig muss hier mal... Was wollen denn die zwei schon wieder von uns? Ich dachte, wir wären quitt. Also, eigentlich ja nicht wirklich, weil wir sie irgendwie verarscht haben, aber... Eure Anstrengungen wird den wahrhaftigen Charakter dieser großherzigen Nation tragen. Vor allem, was labert der da unten? Tja. Und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rad aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffnung. Worum bitte ging es da bloß? Au. Oh, Leute. Ich hab echt keine Zeit für euch. Ey, hör mal zu, Kleiner. Jetzt pass auf, ich will dir echt nicht wehtun und so, ne? Also... Komm, das muss nicht sein. Du bist nur so eine kleine Fliege. Da draußen gibt's... Aua! Okay, jetzt reicht's. Wer mir eine Ohrfeige verpasst und das noch mit dem Schwert. Gib's auf. So ist brav. Och, nö. Ich glaub nicht, dass ich ihn beruhigen kann. Alter, ich glaub, solche Schläge sollte man nicht blocken. Ei, 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 ei. Gab's sowas nicht schon mal in dem früheren Assassin's Creed Teil, dass Gegner bestimmte Angriffe durchgeführt haben, wo man ausweichen sollte? Oder ist das neu? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass es mir bekannt vorkommt. Ach du heilige. Zwei. Und einer auf einmal schafft er nicht. Brech ihm die Beine. Das werden wir ja sehen. Bereit für Prügel? Ach du Schei... Ja, genau, das ist jetzt das, wo die Entwickler gesagt haben. Man muss wirklich mit Technik jetzt vorgehen, weil mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Alter, hörst du labern auf, wenn ich was erzähle? Mich zu bestehlen hat Folgen. Ei. Ach so, den einen haben wir jetzt down. Okay. Mal sehen, was du drauf hast, Wursche. Oh Gott. Gebt doch einfach auf. Nicht gerade dein Tag, oder Victor? Oh oh. Auf euer Wohl, meine Herren. Du, Wursche, halt! Was machst du da? Verklaufen. Wachen. Wachen im Blau sind Ordnungshüter. Wenn sie jemanden in deren Sichtfeld attackieren oder töten, werden sie angreifen. Das ist interessant. B schließen. Wo ist B? Da ist B. Ja. Wollten wir nicht einen Brief übergeben? Oh Scheiße. Nein. Lauf, laufen, laufen. Jetzt geht ihm die Puste aus, oder was? Seit wann gibt's denn sowas? Ausdauer in Assassin's Creed. Ich tauch mal runter. Ein, da sieht mich noch einer. Ach du Schirrmann. Ein Mist. Ich kann mich hier nirgends verstecken. Die sehen mich immer noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss irgendwie in der Masse untertauchen. Los, 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 hinter die nächste Ecke, bevor sie mich wiedersehen. Komm schon. Ich glaube, wir sind sie los. Jetzt ganz unauffällig verhalten. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, zu Hause auf sie zu warten, weil der Brief eilte ja, wie der werte Freund gesagt hat. Ich drück mal A zum Fortfahren. Ich bewerte momentan deswegen die Missionen nicht, weil ich nämlich im Offline-Modus spiele. Parkour laufen. RT halten, um zu sprinten und automatisch zu springen. Ah, ja, okay. RT plus A, um höher und weiter zu springen. RT plus B für einen kontrollierten Abstieg. Wer soll denn sich das alles merken? Da ist ja eine Truhe. Komm, wir knacken jetzt mal die Truhe da hinten. Vorausgesetzt man kommt an sie ran, weil es kann natürlich auch sein, dass die im Gebäude ist und da weiß ich nicht, ob wir rein können. Oh, die Truhe ist das. Ja, kein Problem. Da waren wir ja vorhin schon mal drin. Hä, was ist denn? Ach, da werden die Truhen angezeigt per Leuchtsignal oder was? Das ist faszinierend. Und was ist das? Ist vom Innenraum irgendwas? Sind Vorhänge oder so, hä? Das ist faszinierend, dass man das alles mit dem Adlerauge jetzt sehen kann. Das ist neu für mich. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Er hat gesagt, zu Hause. Dann warten wir mal lieber zu Hause. Ich habe keine Ahnung, ob das so eine gute Idee ist, wenn wir uns da jetzt reinschleichen. Darum renne ich jetzt besser mal ab nach Hause, bevor uns die Wachen schon wieder entdecken. Weil ganz ehrlich, hier das Entkommen habe ich noch nicht so raus. Eigentlich solltest du dich an dem Ding da festhalten. Ich bin davon ausgegangen, dass er sich dann runterlässt, aber okay. Also das mit dem Kontrollierten runterfallen lassen, finde ich persönlich wirklich gut gemacht in dem Spiel. Nicht so wie im Vorgänger. Ich weiß nicht, ob es das in Assassin's Creed 4 auch schon gibt und ich mich einfach nur zu blöd anstelle. Aber ich glaube, dass letzteres ausnahmsweise mal nicht der Fall ist. Verzeihung. Tut mir leid. Oh, warte mal. Da steht ein Fenster auf und da ist eine Truhe drin. Guten Tag. Oberes Stockwerk. Ja, jetzt komm, lass mir mal durch hier. Ich bin gerade inoffiziell unterwegs. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hä? Ja, 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 ja. Hä? Noch ein Stockwerk rauf? Wo fang mir was. Hä? Aber wir waren doch eben noch unten, da wurde die als grau angezeigt. Das heißt, äh, eigentlich über uns. Ach, da. Ach, sieh mal einer an. Das ist ja interessant. Oh, Gott sei Dank, man muss nichts knacken. Was haben wir denn? Fundstück? Truhen 1 von 20? Ja, ja, ja. 100? Weiß ich nicht, was das sein soll für eine Währung. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich bin da nicht so gebildet, was... Okay, das war cool. Ähm. Ich hätte natürlich auch irgendwann mal nachlesen können. Wenn ich eh schon vor habe, Assassin's Creed Unity zu spielen. Na ja, Handy ist gut. So, wie kommen wir denn jetzt am dümmsten nach Hause? Ich gucke mal kurz auf die Mappe. Alter, das ist ja geil. Wie kann ich denn reinzoomen? Drehen. LS-Legende. Zoomen mit L-T-R-T. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Wie geil ist das denn bitte? Eine 3D-Ansicht, der Map. Da sind wir momentan in einem unerforschten Gebiet. Und wir müssen... Wir müssen... Wir müssen dort hinüber... Dort hinüber bringen unsere schöne Zuhause. Markierung C10. So. Also, das ist ja mal geil gemacht. Also, schon langsam gefällt mir das Spiel immer mehr. Grafiktechnisch. Nicht, dass es mir vorher nicht gefallen hätte, aber das sind einfach Sachen. Mit sowas hätte ich nicht gerechnet. Und ich frage mich gerade, warum ich über die Dächer laufe und nicht durch die Straßen. Weil das ging vielleicht dann doch ein bisschen einfacher. Zumindest, was die Wegfindung angeht. Aber was soll's? Oje, 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 oje. Hey, ich mach'n Kratzer. Das musst du erst mal nachmachen. So, da haben wir ein Haus. Kann ich eine Abkürzung durchs Haus nehmen? Ja, geil. Ich find's schön, dass jetzt jede Menge Gebäude so offen stehen, wo's da einfach mal eben schnell rein kannst. Die hat wohl eh. Ich weiß nicht, wie man's ausspricht. Französisch war noch nie mein Ding. Und ich sag mal Spiel. Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soirée. Zu ihren Ehren. Im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komm' da schon rein. Ah, wie spät ist spät. Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Na, das ist ja wunderbar. So, wir haben da oben noch eine Truhe. Die hole ich mir jetzt mal ganz kurz. Vorausgestellt, ich stelle mich jetzt hier nicht so dämlich an. Huch. So, und die ehrenwerte Mademoiselle. Huch. Ach, wir sollten hier sowieso hin. Ich mag aber zuerst die Truhe. Wo ist denn die Truhe? Da draußen ist die Truhe. Dann gib mal her das Trüchen. So. Wieder ein bisschen Kohle eingesackt. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Hältst du das wirklich für so eine kluge Idee? Ich glaube, da stehen wirklich ganz wichtige Sachen drin. Ei, ei, ei. Ah, Brief abgeben. Na gut. Höhe hat. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn. Auf zum Palast. So würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Er ist recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020